Ah, wo ist der? Hallert ihr da oben? Ist das der? Achso Ich würde jetzt schon mal nach vorne Go 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 Oh Da ist das? Kann nur da Typ sein Unser Mate Ja Räume sie auf So I'm back again Oh hier draußen steht immer Oh ne Komm mal raus Da steht gleich wenn du rauskommst Rechts neben dem Loch Von hier siehst du natürlich nicht Hä Du musst weiterkommen Also rechts neben dem Loch Aber nicht gleich neben dem Loch Sondern du musst schon in die Richtung Hasten Ja 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 Okay Ja 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 Das ist unser sein ja 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 hat alles noch da ja so kommen da zurück wollen wir warten ich habe keine ahnung ob das rückkommt ich hab noch kein hübschauer gehört dass in einem gefunden und hat das spiel keine ahnung was noch da wo tz kn doch mal mit oben hast du noch weg er ist offline ja im sterben hat er noch mal gefasst da ist man nicht mal verreckt oder was doch da war ich tot jetzt als ich denn das erste mal zusammengefackelt hab gemacht hat er noch mal geschlossen auf uns und dann war er rechts auf einmal was für ein scheiß das war ein ganzes magazin alter wer schießt hier auf uns momentan fehler was ist das und los gar nicht schon ein buch Ja. Da kommt ein Bein hier. Ja. Verdammt, dieser was auch nicht hier, wenn der zerhackt. Scheint schon gelohnt zu sein. Was ist das für Munition? Oh. Ja. Munition. Oder? Ja. SKS-Magazin. Lag im Regal rum. Ne, muss man hier rum? Ne, hilf mir. Das ist normal jetzt grad nahe. Boah, Mann, das Geruckel, Alba. Ne, ne. Das ist noch nicht ärgerlich, wenn hier einer kommt. Hm. Und wenn ich, äh, zweimal sterbe, dann spawnt die Leiche weg, ne? Dann ist die erste weg. Hier ist alles tot, also. Das war nicht unser Met. Hm. Alles tot? Ja, hier ist das Ding über der Treppe hier, wo wir gestern waren hier. Ah, okay. Weil du kannst nicht hier hoch. Hm. Wir hatten noch gestern hier so eine eingestürzte Mauer gesehen. Genau. So einen eingestürzten Gang. Hier liegt einer. Ach, hier ist der eingestürzte Gang. Ah, okay. So, jetzt haben wir eine Task completed. Ach, ja, ja. Jetzt brauchen wir bloß noch eine Kommunikationszentrale finden. Jetzt war es das Ding wie die Funkgeräte, wo wir letztlich drin waren. Aber wo ist das wahr? Ja. Dann gewann ich höre dran. Mit Kommunikation irgendwas. Dann ist das hier. Kommunikation-Ruhm, hier. Da gibt's einen Rechner, denk ich mal, ne? Ach, hier. Die Ketten. Nimm die Ketten mal vom Tisch. Hast du? Okay. Wann mal? Passt. Retrieve der Innereport. Okay. Müssen wir bloß zurückbringen den Mist. Hm. Ist gesaved. Ja. Dann müssen wir wieder raus und dann können wir weiter. Ja. Was ist das hier für eine Kuh, Alter? Was ist denn hier los, Alter? Gebeiliegende Leichen hier. Ich kann schon gar keine Monizaden mehr mitnehmen. Sie hat ja keine Autodetail, dann brauche ich die Gürtelzelle. Oh, mit E-Slotten. Das sieht aber aus. Jetzt bräuchte man Schlüssel hier für die Bude. Oder? Ne, die waren glücklich letztes Jahr offen. Die waren noch gebucht, wo wir was gesucht hatten. Hier? Mhm. Okay. Keine Heli von uns. Schnell raus. Ich kann das eh keiner nehmen. Achso, da muss ich erst mal einen Sekturcontainer packen. Ja. Auch dieses Geruckel, die müssen noch mal raus und neu starten. Vielleicht finden wir einen besseren Surfer. Das ist ja nicht zum Aushalten. Ich glaube, da ist das auch ständig. Mhm. Aber ich weiß ja nicht, wie das reagiert, wenn ich fliegen muss, ne? Wenn wir vorstehen, das ist der Bild verpögerst. Naja. Du triffst doch nichts. Du schießt auf den, da ist schon gar nicht mehr da. Mhm. Das ist das Problem. Spring doch drüber, du alter Mann. Oh, alter, hier. So pro Kilometer hoch, immer jetzt zurück. Kommt die nur her? Wir müssen schnell durchs Loch. Kommt der den Berg eigentlich wieder hoch? Ja, oder? Wurde ich sagen. Ja, ich denke gar nicht. Kriecht durch die Trottel, ist das ein junges Kind. Boah, ich bin tot. Okay. Was? Kommt bis 420, na ja. Kommt wieder. Du scheiße. Man wird ja nicht durchrahmen, soll mir warten sollen. Gerade hier landeplastisch gleich unten. Na, aber so schnell, wo nicht war. Was war zwei Heli? Die waren schon. Hm. Boah, ich sitze drin, alter. Den, den blauen haben sie abgelegt, der halt irgendwie da ja noch rumgeflohen ist. Refliege, alter. Ist der behindert, alter? Ja. Junge, ey, bisschen fein das mit mir. Kommst du? Und er kocht zuerst den Kaffee hier vorne in seinem Fahrerhaus. Ja. Was ist noch eine längstige Ränder? Ja.